Einfach, ein kleiner Sprühnebelwasser. Normalerweise müsste die Frisur weiß, äh, nass sein. Und warum? Mach ich das jetzt bei trockenen Frisuren, äh, bei einer trockenen Frisur, weil ich weiß, dass meine Produkte funktionieren. Vielleicht haben Sie keinen Glanz mehr im Haar. Das hier ist zum Beispiel ausgebleicht. Ganz, ganz trocken. Achten Sie darauf, was jetzt passiert. Ich liebe diese Produkte, die funktionieren einfach. Wenn die nicht funktionieren würden, würde man sich wahrscheinlich auch nicht trauen, um die hier live im deutschen Fernsehen zu frisieren. Du vertraust darauf, das sind deine Produkte, da stecken 28 Jahre Erfahrung drin, die funktionieren einfach. Und deswegen können wir die hier auch ganz lässig live frisieren. Ganz genau. Achtung, meine Damen. Das habe ich eben genauso gemeint, wie ich es gesagt habe. Schauen Sie mal. Super. Okay, dann kommt das Finish mit dem Glanzspray. Hydrolysierte Seide. Schauen Sie sich das an. Wie schön die glänzen, wie schön die glänzen. Das ist ja herrlich. Wie ein neues Haar. Besser geht es nicht. Bei den Haarfarben, das weiß ich ja nun selber, wenn die zu hell werden auf einmal, ob von Sonne oder von Bleaching oder von den Strähnchen, die sehen ja immer gleich aus, du hast gar keinen Glanz mehr in den Haaren. Aber wir würden ja alles tun, um wieder richtig schön viel Glanz, wie in gesundem Haar zu bekommen. Ja, mit der Fert. Ja, mit der Fert. Okay, dann.